Moin Moin und willkommen zu einer kurzen Extra-Ausgabe zum Thema Shopping bei Computer Universe. Was war passiert? Topsili hat Ende Dezember eine Grafikkarte gekauft und zwar eine 30,70 für damals schon recht günstige 659 Euro. Nun haben die mich angeschrieben und mir mitgeteilt, dass all deren Bemühungen, das Produkt anderwertig zu beschaffen, leider erfolglos waren. Dann habe ich natürlich mal auf der Seite geschaut und denke, naja, guck mal und siehe da, für 999 haben sie die doch. Genau die Karte, die ich bestellt hatte. Aber natürlich nicht zu dem Preis, den ich bezahlen will. So, ihr seht auch hier auf Lager sofort lieferbar. Also das ist jetzt meiner Meinung nach nicht die feine englische Art von Computer Universe. Ich habe da natürlich sofort hingeschrieben, mal schauen. Ich rechne jetzt nicht unbedingt mit einer Antwort von denen. Vor allem, wenn man so ein bisschen im Internet rumschaut, was wo andere für Erfahrungen gemacht haben, sieht das nicht so gut aus. Da haben auch teilweise Leute genau das gleiche Produkt bestellt. Ich verlinke diese Trustpilot-Seite gleich nochmal unter meinem Video. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt habt oder auch Tipps habt, wie man damit umgeht, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und teilt dieses Video, damit auch andere wissen, was eventuell auf sie zukommt. Bildet euch selber ein Urteil darüber. Ich für meinen Teil werde nichts mehr bei Computer Universe kaufen, es sei denn, die Antwort von denen würde mich entzücken, wo ich nicht mit rechne. Also, okay Leute, liken, subscriben, bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.